Scheiße, das treffst du echt nicht. Okay, nochmal. Das ist echt, ich sehe nicht so viele Bretter, das ist echt doof. Das sieht gar nicht verkehrt aus. Nochmal, das habe ich versaut. Scheiße. Ich habe mir die falschen Zeichen gespielt. Scheiße, das ist ein Akkord. Das hat anders nicht Zeichen. Ich habe mir die falschen Zeichen. Ich habe mir die falschen Zeichen. Ich habe mir die falschen Zeichen. Okay, noch mal. Was? Dann hast du eine Summe mehr hören! 3, 2, 1 Warte mal gerade Ich komme einfach wie ein Schlagerstar an!